Willkommen zu einer weiteren Folge! Weiter geht's! Wo hat man sie hingebracht? Beruhigen Sie sich, Doktor! Ich rufe Verstärkung! Das ganze Gebäude ist mit elektronischen Störmechanismen ausgestattet! Wir müssen zur Oberfläche, wenn wir ein Signal absetzen wollen! Dann nichts wie raus hier! Hier wimmelt es nur so von Mutanten, Doktor! Bleiben Sie in meiner Nähe! Hey! Liegt wohl in der Familie! Nunkis, keine Hören! Schützen Sie mir! Oh Gott! Und ich dachte nach dem Video, der wäre schon wieder alleine irgendwo unterwegs und wir könnten... Sieh sich einer das an! Ein Fragmentblaues Tiberium! Eine ganz besonders seltene Art des Tiberiums! Das ist ja ganz spannend und interessant, Dok, aber wir müssen mit GDI Kontakt aufnehmen! In dem Kampfanzug ist ein Funkgerät eingebaut. Wenn wir ihn erreichen und zur Oberfläche kommen, können wir Funkkontakt aufnehmen! Oh, er hat eine Knotte! Ey, nicht auf mich ziehen! Achso! Warnung! Abschirmung der Substanz Schadkraft! Das ganze Personal sofort evakuieren! Offenbar ist der Freisetzungsalarm aktiviert worden! Die Tür verfügt über ein duales Eindämmungsverriegelungssystem! Ich muss dich wohl noch ein wenig am Leben halten, was? Das heißt? Was? 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 Ignatio! Danke, dass du hier bist! Levok, das ist einer der Forschungsassistenten, den Not dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat, Dr Schumann. Keine Zeit, mich vorzustellen! Wir benötigen einen Magnetschlüssel für das Haupttor! My personal key is in the next room. Follow me. He he he, shouldn't even setze. Follow me. Follow me. Danke. Your movie was what? Uns fehlt noch immer ein Schlüssel. Wir benötigen beide Schlüssel um die Tür zu öffnen. Da ist er. Es dauert einen Moment bis er sich aktiviert. Dauert das eigentlich den ganzen Tag? Vielleicht? Wie ich es befürchtet habe. So weit unten funktioniert das Funkgerät nicht. Mann, ey. Können die sich nicht gegenseitig bekämpfen? Alter. Ja. Und wo soll jetzt die... Wo soll jetzt die zweite Schlüsselkarte sein? Habe ich nicht. Das war's. Gehen wir. Hä? Hä? Wo war die zweite... Wo hä? War das die noch gesammelt? Theoretisch... Müsste jeder noch... Oh. Ernsthaft? Im Bad? War die Sperre... Letztes Mal schon da? Oh-oh. 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 Jetzt sind wir wieder voll fit. Shit. Ich habe eigentlich gedacht, die... Ignorieren ihnen bin ich. Ok. Wieso geht das jetzt nicht weiter? Muss ich doch da lang? So Möbius, komm. Da läuft der erstmal voll und fett dran vorbei. Ja. Ok. Hallo! Lookstar-Klaaser. Zum Glück sind wir eine Kommando einfach. So, hier müsste es doch eigentlich einen Fußweg geben, ne? Oder auch nicht. Ja, jetzt wartet der Fahrstuhl natürlich. Da läuft doch nicht so schnell! Noch einer? Ne. Ja, jetzt geht's. Uiuiui Aber wir kommen langsam raus hier 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 Nein Wir kommen langsam raus hier 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 Da steht doch noch einer Okay Genau Nee doch nicht Wenn wir es hier rumlaufen Ach das ist Gana Nein Ich wollte dann hingucken was das ist Scheiße Na gut Folgenpause Spitze bedanke mich Bis dann Hm Hm Ja 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 Ja